Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für die Ergebnisse, denn es ist Sonntag und wir gucken rein in die 34. Woche, der 21. bis 27. August und wir schauen rein in die Playoffs, Replay-Liga Nummer 1. Hate Me gewinnt das erste Spiel mit 3 zu 1 gegen Winkel, ist da mit einem Spielvorsprung reingestartet, dann das Best of Five gegen Zagers mit 3 zu 1 und im Finale gewinnt er das Best of Five mit 3 zu 2. Also Hate Me hier nach ein paar Ausrutschern, sagen wir mal, in den normalen Spielen, hat er sich hier noch durchgeboxt und ist wieder Meister. Chevy hier auf dem überraschenden 2. Zagerschen Winkel auf 3 und 4. Gehen wir rein in den Rest, ESL Open Cup Nummer 189, Hero Marine im Finale verloren gegen Max Pax, also 2. Platz Lambo. So, im Viertelfinale raus, ansonsten haben wir Bell B in der Round of 16 und wir haben sonst noch Spatz und Blut Milano hier unten in der Round of 32. Und im Americas Cup, da haben wir nur einen, das ist der Terxel, der verliert hier gegen Jason und ist dann leider auch raus in der Round of 32. Wir haben das Masters Coliseum, da habe ich jetzt mal nur die Gruppen eingeteilt oder hier eingezeigt. Wir haben Gruppe A, da ist Showtime auf Platz 4 gelandet, 2 Siege haben leider nicht gereicht und damit ist er raus. Bei Hero Marine sieht es ähnlich aus mit dem 4. Platz. Er hat sogar nur einen Sieg hier geschafft und in Gruppe D ist Lambo auf dem 3. Platz gelandet, da haben 2 Siege tatsächlich gereicht. Also er ist noch einmal eine Runde weitergekommen. Dann im OSC Elite Rising Star Nummer 8, da haben wir Foyumi, der gewinnt mit 2 zu 0 gegen Mindl und ist damit in der nächsten Runde. Und wir haben Spatz, der unterliegt gegen Night Phoenix und droppt damit ins Lower Bracket und Foyumi muss nächste Runde gegen ihn ran. Im Wally TV Balance Test Tournament 2023, Gruppe A, da haben wir Showtime und Lambo dabei. Leider nicht ganz so erfolgreich wie wir uns das wahrscheinlich gewünscht haben, beide einen Sieg, aber damit leider beide raus. Baselis Big Brain Bouts Nummer 37, da hatten wir den guten Bellby dabei, der holt ein 3 zu 1 gegen Art. Und dann haben wir dieses Rest & Cheese Tournament, was ich irgendwie gefunden habe, ich weiß nicht mal wie, aber irgendwie habe ich es gefunden. Und der gute alte Fan-Rack hat mitgespielt, ist in der Gruppenphase zweiter geworden und in den Playoffs hat er sich dann doch noch ein bisschen durchgechießt und hat tatsächlich am Schluss gewonnen. Also geht es ja dann Fan-Rack. Und dann sind wir auch durch, denn da waren wir wieder eine kurze Woche und mal gucken, was nächste Woche so geht. Wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit hier, wenn ihr noch was habt, dann immer gerne rein in den Ergebnisse-Channel und sonst suche ich nächste Woche wieder, was ich so finden kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Start in die nächste Woche, lasst euch nicht ärgern, hau rein!